Goethe-Zertifikat B1 Prüfung, Sprechen Thema Hotel Mama Das Thema meiner Präsentation ist Hotel Mama. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Wenn ich zu Hause bei den Eltern wohne, bis ich heirate, das ist Hotel Mama. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Zum Beispiel ich wohne bei meiner Familie. Ich bin 27 und wohne immer noch bei den Eltern. Meine Schwester ist auch 24 und wohnt immer noch da. Das ist ganz normal. Wir leben in Armenien, in einer kleinen Stadt, wo alle jungen Leute leben in der Familie. Auch wenn ein Junge an die Universität in der Stadt ging, musste er bei einem Verwandten wohnen. Das fanden wir alle selbstverständlich. Ich weiß, dass die Studenten in Deutschland oder England oft allein oder in Wohngemeinschaften lebten. Aber bei uns war das nicht so. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, als ich in die Hochschule gegangen bin. Heute hat sich in Armenien viel geändert. In Jerevan wohnen junge Leute allein in einer kleinen Wohnung. Das ist aber nur möglich, wenn sie selbst genug Geld verdienen. Und immer noch gibt es viele Streit und lange Diskussionen, wenn ein Mädchen von zu Hause ausziehen will. Es gibt viele Vorteile, wenn junge Leute bei den Eltern wohnen. Vor allem ist es natürlich billiger. Die Mieten für Wohnungen sind sehr teuer. Deshalb ist es oft auch für junge verheiratete Paare schwer, eine eigene Wohnung zu finden. Es ist auch sehr praktisch und angenehm, wenn man sich nicht um die Kochen und Einkaufen oder um die Wäsche kümmern muss. Die jüngeren Leute können sich ganz auf ihre Arbeit oder Studium konzentrieren. Die Eltern sehen ihre Kinder jeden Tag und müssen sich nicht so viel Sorgen machen. Das ist auch sehr wichtig. Aber es ist ein Nachteil, wenn junge Leute nicht lernen, ihr Leben allein zu organisieren. Das Ergebnis ist dann, dass die jungen Männer nie Hausarbeit machen und dass die Mädchen keine Ahnung haben, wie man mit Geld umgehen muss. Ich glaube, das ist wirklich nicht so gut. Aber trotzdem möchte ich, dass meine Kinder zu Hause wohnen, bis sie heiraten. Natürlich müssen die Eltern den jungen Leuten viel Freiheit geben. Sie können jeden Tag ausgehen und ihre Freunde besuchen. Sie machen auch viel Reisen. Aber es ist wichtig, dass die ganze Familie zusammen wohnt. Ich glaube, das ist alles, was ich sagen wollte. Möchten Sie vielleicht noch etwas fragen? Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020